So, Philipp, was du da siehst, ist normales Bier, kein Kölsch. Sachen gibt's. Ja, deswegen willkommen zum DiscoFox von meiner Stopp. Prost. Achso, Prost. Klingt geil, die Wand, ne? Habe ich aus Soundgründen ins Studio bauen lassen, das ist jetzt meine Soundwall. Die hält uns auch gesund. Genau, nein, die, die zuschauen, und wir haben ja gerade schon den Soundeffekt drin gehabt, wir machen es nochmal. Das, was ihr im Hintergrund hört, ist... Gewitter. Mami, Mami, Mami. ...ist das Überbleibsel einer Hörspielproduktion, an der wir gerade arbeiten. Ronja Räubertochter... Meets Huibu. ...gespielt von Elias Mbarek in allen Rollen. Mit, mit, mit... Matthias Schweighöfer. Wie heißt der andere Elias Mbarek? Genau, Matthias Schweighöfer als Huibu. Es ist Ronja Räubertochter versus Huibu. Kommt im Nächsten in die Kino. Genau, deswegen sitzen wir auch hier zusammen. Nein, natürlich Corona-konformes Arbeiten. Wir haben nämlich uns was ganz Besonderes ermöglicht. Danke, Johannes, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sind nämlich in Köln für diese Folge und wollten ja auf jeden Fall noch zum Ende des Jahres als eine besondere Folge raushauen. Und quasi eine Live-Folge, live vergeht es nicht. Wir sitzen natürlich immer live beim Podcast, aber normalerweise streamen wir aus verschiedenen Orten. Was auch schön und gut ist. Ja, endlich sehe ich auch mal deinen schönen Unterleib. Genau. Und endlich bekommt man mal so ein Gesangbild. Aber wir wollten natürlich, bevor es Ansteckungsgefahr gibt und so, wollten wir ein bisschen vorbildlich sein und haben hier, wie gesagt, so eine kleine Trennwand zwischen uns, damit nichts passieren kann. Soll ich jetzt meinen gespielten Witz machen? Ja, bitte. Welcher Satz fehlt denn jetzt hier? Pass auf. Und hier ist ihr Herzblatt. Ja, so eine Wand macht es kreativ. Ja, ja. In jedem Fall. Ist so ein bisschen wie, oder, Junge, ich habe deine Pfeile in eine Kuche gebacken. Oh Gott. Oder, hast du einen Signature-Move von Hannibal Lecter? Von Hannibal Lecter? Der ist auch wirklich gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ja. In jedem Fall sind wir wieder da und haben noch eine wunderbare letzte Folge für das Jahr 2020. Es wird einen wunderbaren feierlichen Jahresrückblick geben. Wir werden alle großartigen Themen des Jahres 2020 besprechen. Alle beide. Alle beide. Wir haben großartige Gäste eingeladen. Thomas Gottschalk wird da sein. Günther Jauch wird sich zu Wort melden in einer Live-Schalte in sein Weingut in der Nähe von Trittenheim. Nein, nein, nein. Kanzem. Ich weiß, ich weiß. Entschuldigung. Aber wer kennt denn Kanzem? Und außerdem, streng genommen, ist Kanzem in der Nähe von Trittenheim. Kanzem ist in der Nähe von mir? Ja. Okay. Naja, gut, okay. Deswegen haben wir die Connections. Also, wenn ihr dranbleibt, später im Verlauf der Sendung kommt noch Günther Jauch zu Wort. Und er wird keine Frage stellen. Wisst ihr, wer das Beste ist? Der weiß das noch gar nicht. Weil wir rufen den einfach an. Wir machen Telefonstreich bei Thomas Gottschalk, Mike Krüger. Wir machen einfach einen auf Joko und Klaas. Wir rufen alle Prominenten in unserer Handyverlaufsliste an. Im Adressbuch hast du bestimmt... Michaela Schafrath. Hast du drin? Ne, Quatsch. Wäre geil. Michaela, hör mal. Michaela. Bist du noch im Dienst? Wir benötigen ihre Dienste. Es geht um die nationale Sicherheit. Es geht um die anale Sicherheit. Hilfe. Ja, das ist für uns ungewohnt in dieser Position. Ich merke das schon. Es ist ein neues Flair. Es ist auch ein bisschen behämmert mit der Scheibe, muss ich sagen. Mit dieser Trennfolie, wie auch immer man es nennen soll. Ich hole dich da raus. Was auch noch fehlt, sind die Standardparte. Fantominengeschichte. Aber ja, lassen wir das. Wir haben ja Zuhörer, die sehen nichts. Oh mein, kennst du einen Maulfisch? Warte. Scheiße, die ist nicht steif genug. Und sag jetzt nichts. Damit haben wir den Satz auch endlich in einer unserer Podcast-Folgen. Scheiße, die ist steif. So nennen wir die Folge heute. Folge 9, scheiße, nicht steif genug. Genau, so haben wir das auf jeden Fall schon mal mit drin. Ja, natürlich müssen wir euch noch frohe Weihnachten wünschen. Wo wir schon mal beim Thema sind. Wo wir schon mal beim Thema Steifheit sind. Wie war die Weihnachtsbäckerei? Wie habt ihr Weihnachten erlebt mit zwei Haushalten und 1,5 Personen auf maximal vier Quadratmetern? Also ich fand Weihnachten die sehr super. Warum? Ja, meistens jetzt so unter Druck gewesen, Leute zu treffen. Ja. Ich äh... Leute mit Psychose, das ist total klasse. Sag ich ja. Ich hasse Mensch jetzt. Ne, wir haben uns gediegen betrunken. Schön. Im engsten Kreise. Okay. Mein elfjähriger Sohn ist dann heimgefahren. Ne, aber... Ist aber eigentlich im Land normal, oder? Ja, genau. Mit dem Traktor. Na klar, man denkt immer, die Kinder im Land freuen sich über die Geschenke, aber eigentlich freuen die sich für den Heiligabend vorbei, als man sich nach Hause fahren darf. Ne, wir haben ja eingeladen und wir haben ja unser neues, wie nennt man das, unseren neuen In-Drink, der wahrscheinlich auf Ibiza schon längst wieder out ist, nämlich Limoncello, Sekt, Sprudel und Crash-Eis. Bis zur Vergasung getrunken, ist richtig geil. Ey, Limoncello ist so ein Getränk, das trinkst du eigentlich nur beim Italiener, weil es geschenkt ist. Ne, ich finde Limoncello gut. Oder im Urlaub. Ja, aber es... Also Fingerbreit Limoncello, Sekt drauf an der Tanke, nimm keinen guten, echt nicht. Aber Sekt drauf, Eis, Sprudel, geil. Es hat auf jeden Fall Stil. Nimm keinen guten. Nee, ich nehm nie guten Sekt für so Zeug wie Aperol, Spritz oder keine Ahnung, macht ja keinen Sinn. Und ja, damit haben wir unseren Heiligabend, wie soll ich sagen, das Getränk haben wir ausgiebig erlebt. Okay. Und ersten Weihnachtsfeiertag, zweiten Weihnachtsfeiertag, hauptsächlich mit Bindchen von DVDs verbracht, die ich zu Weihnachten bekommen hab. Ich bin ja ein ausgesprochener Fan von 80er Jahre Fernsehserien. Streng genommen. Kann man in DVD nicht bingen? Warum? Weil die ja nicht durchläuft. Die hat ja ein Ende. Also ich hab... Um jetzt mal die Jugendsprache hier so... Gut, pass auf, ich roll das mal auf. Bratan. Also ich hab im Moment, bin ich am Bindchen auf Achse. Oh Gott. Also ich vergleiche mir jetzt den Blatt, aber da sind acht Folgen A, 50 Minuten auf einer DVD und das geht am Stück. Das kann ich. Gib mir genug Erdnüsse. Kann ich denn. Was passiert denn so Spannendes bei Auf Achse? Du hast dir da das gewollt. Also. Das möchte ich euch nicht vorenthalten, liebe Kinder. Auf Achse erzählt die spannende Geschichte des LKW-Fahrers Franz Meerstonk, gespielt von Manfred Krug, zusammen mit seinem Kompanion Günther Willers, gespielt von Typen, dessen Namen mir gerade entfallen ist, die als Fernfahrer die Welt entdecken. Also die fahren so im Mittleren Osten und ja, so deutsche Fernfahrer-Romantik mit viel da wird dem hier mal der Laster geklaut und da brennt mal was und da überfahren sie werden scharf und werden überfallen in der Türkei und gedönst. Ja. Ziemlich lustig. Ich habe gerade, bevor ich hier hingefahren bin, noch eine Folge gesehen. Da hat Lisa Fitz als junge Frau da mitgespielt. Also ich muss dazu sagen, das fing wohl späte 70er an, die Serie. Ja. Lisa Fitz als junge Frau mitgespielt. Ja, die wird so 60er geboren sein. Und hat versucht, dem Manfred Krug den Laster zu klauen. Und er zerrt die halt aus dem Führerhaus und hat erstmal richtig eine reingezimmert. Also in den 80ern gab es noch Filme, da haben Frauen legitim von Männern in die Fresse gekriegt. Also das fand ich schon verstörend. Und womit? Mit der flachen Hand. Nee, mit Recht. Mit Recht. Das ist so ein bisschen, guckt ihr heute mal, übrigens Filmtipp, neben den ein ausgekochtes Schlitzohrfilmen mit Burt Reynolds empfehle ich auch auf dem Highways die Hölle los. Eins und zwei, drei ist scheiße. Geil, ja. Wenn ihr eine Studie sehen wollt über Sexismus und Rassismus und wie legitim der in den 80ern gelebt wurde, guckt euch die Filme an, macht das mit einem zwinkernden Auge, wirklich. Anschließend kann ich Police Academy 1 bis 3. Oh ja. Auch super rassistisch und sexistisch. Ich hatte noch eine Serie im Kopf. Werden unsere Top 5, die Top 5 rassistischen und sexistischen Filme. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall die Glücksritter mit Eddie Murphy. Ja, definitiv. Wo er sich selber ständig Neger nennt. Wobei der schon so eine tragik-komödiantische Note irgendwie da drin hat in dieser Rassismus-Kiste irgendwo, ne? Aber es ist eigentlich klar, ich finde das auch interessant. Also gerade so auf dem Highway habe ich auch diverse Male gesehen. Sammy Davis Jr., der kriegt ja ständig. Ja, aber alles da drin. Also vor allem ist es ja alles so, so... Und die Frauen, die müssen alle immer schön Maps raus und so. Unfassbar, ja. Wobei, da kann man eigentlich auch noch mit reinpacken. Eigentlich alle, also auch die Kamerafahrten bei Baywatch. Ja gut, aber das war ja 20 Jahre später. Ja gut, das stimmt natürlich, ne? Ne, weil das war noch so legitim, ähm... Ja, A-Team, A-Team aber auch zum Beispiel. Ne, bei den Serien finde ich geht es eigentlich noch. Ich meine, ich habe es ja jetzt wirklich... Also ich habe jetzt alle Folgen von Ein Kult für alle Fälle gesehen. Alle Folgen von Magnum. Alle Folgen von Die Spezialisten unterwegs. Okay. Alle Folgen von Street Talk. Alle Folgen vom A-Team. Er wohl fehlt mir noch. Und ich finde so Sexismus ist dann nicht so ein Thema. Klar, wenn ihr jetzt Dukes of Hazards... Also hier, ein Dukes kommt selten allein. Wenn du da natürlich guckst, hast du wieder so Ami-Südstaaten. Kurze Jeans, Cowboy-Stiefel, Titten raus, Mädchen, ne? Aber ist ja auch nichts Schlechtes. Ja gut, irgendwas muss ich da ja verkauft haben in der Zeit. Autos. Ja, aber ich denke zum Beispiel beim A-Team hast du oft so Zwischenschnitte, wo dann so die heißen Babes am Strand gezeigt werden und da halt schon ziemlich eindeutig die Kamerafahrten so laufen. Du meinst Baywatch? Ne, ne. Also definitiv beim A-Team. Da kann ich mich an ganz viele Folgen erinnern, wo die dann irgendwie am Strand unterwegs waren oder halt irgendwie in den einschlägigen Badeorten in den USA unterwegs waren. Also ich finde die eindrucksvollste A-Team-Folge aller Zeiten, und ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben, und die ist eigentlich auch, wenn du den politischen Subtext siehst, eigentlich ziemlich geil, ist, als sie in ein verschlafenes Nest in Texas kommen, wo ein Typ eine Country-Bar betreibt, wo so Line-Dance und so einen Scheiß gemacht wurden und nur so Typen... Boy George auftaucht, ne? Genau, der wollte so einen Typen buchen, der heißt Cowboy George und kriegen aus Versehen Boy George und dann gehen die ganzen Cowboys auf Boy George ab am Schluss. Aber er muss den natürlich erst überzeugen. Ja, ist wie bei den Blues Brothers, als sie sich auch in der Country-Bar durchboxen mussten. Ja, stimmt. Aber da ist halt, weil Boy George ist Engländer, schwul... Ja, super interessant auf jeden Fall. Geschminkt, also das war halt noch eine Nummer härter. Aber auch wieder so ein Ding, in den 80ern war es ja auch super populär, generell so Musiker irgendwie in Filme einzubinden, ne? Also die für einen Gastauftritt einzuladen... Rick James im A-Team, wo der im Knast gespielt hat. Geil, ja. Rick James, Hammer. Ganz verdrängt. Und Hulk Hogan hat ja auch eine ganze Reihe von Folgen mitgespielt, der kein Musiker ist, klar, aber der damals... Beim A-Team? Ja. Also mehrere Folgen als Kumpel... Ich hab den jetzt mit eigener Serie... Nee, nee, der ist Kumpel von B.A. Barakas und haust in diversen Folgen auf... Aber nett als er selber. Doch, doch, er spielt Hulk Hogan. Er ist Hulk Hogan und hilft dem A-Team. Warum, versteht kein Mensch, aber die sind irgendwie alte Buddies. Was ja sogar stimmt, weil Mr. T, der B.A. Barakas gespielt hat, der auch aus der Wrestling-Szene kommt parallel dazu, der eingestiegen ist, genau weiß ich es nicht. In jedem Fall aber schon parallel zum A-Team-Wrestler war und daher auch irgendwie die Kollegen wie Hulk Hogan und so kannte oder kennt. Das heißt, ich muss mir das nochmal angucken. Tut mir leid für meine Frau, aber muss ich halt nochmal durch. Jetzt haben wir zumindest schon mal einen legitimen Grund gefunden, sich weitere Folgen des A-Teams reinzubringen. Absolut. Das finde ich schon mal gut. Absolut. Hätten wir das auf jeden Fall schon mal geklärt, weil es gibt ja noch ein paar Feiertage. Ja, wahrscheinlich wird dann Neujahr ähnlich aussehen, oder? Ich habe ehrlich gesagt, wir haben noch kein Wort darüber verloren daheim. Also wahrscheinlich werden wir um 11 Uhr schlafen gehen. Und gut. Das Rock'n'Roll des Altmannes. Ich bin auch langsam im Alter, wo ich mit meiner Freundin zusammen zu Hause durchplane, was machen wir Silvester, wir werden sehr einsam sein, weil es ist ja nicht viel. Wir werden wahrscheinlich, also es wird so pseudomodern, wir kochen ein Viergänge-Menü. Das ist super alt und spießig. Fast wie Raclette. Ja, Raclette ist halt so Veganer und so, da ist er draus, weißt du? Okay. Außerdem finde ich, Raclette macht vegan oder unvegan Ihnen nur Spaß, wenn du halt mit mehreren Leuten am Tisch bist. Aber du kriegst doch eigentlich alles vegan und es schmeckt auch mittlerweile richtig geil. Ja, deswegen das zweite Argument wäre, wenn dann zu sagen, naja, das wäre geiler, wenn du irgendwie sechs oder acht Leute am Tisch hast und kannst wirklich den ganzen Abend irgendwie fressen und saufen und so. Ist ja so der Abend der Völlerei für viele. Und wir umgehen das jetzt, indem wir Viergänge machen und werden, um das Ganze zu modernisieren, den Laptop auf den Tisch stellen und über Zoom mit meinem Bruder und dessen Freundin in Berlin zusammen essen, aber halt komplett virtuell. Die haben also kochen das gleiche Menü. Nee, nee, die haben witzigerweise trotzdem ihr eigenes Menü, zumal die auch Fleisch essen. Insofern ist das eigentlich ganz cool. Aber wir werden halt so den Abend dann irgendwie doch zusammen verbringen und das ist eigentlich eine ganz coole Lösung, obwohl jeder bei sich zu Hause ist. Aber wir haben jetzt darüber gesprochen und ich merke auch bei dem Gedanken, vor allem seit wir so lange nicht mehr wirklich gespielt haben, Boah, 0 Uhr, kein Feuerwerk, die ganze Woche um 6 Uhr aufstehen. Sonst ist doch 0 Uhr immer so der Moment, wo, wenn wir dann wirklich Gigs haben, wir so was sagen wie, Oh, scheiße. Noch drei Stunden. Und jetzt kannst du um 0 Uhr einfach pennen gehen. Ja, ist irgendwie geil. Aber ich merke halt auch so früher Silvester, Vollgas oder halt die letzten Jahre Jobs. Die letzten 10 Jahre Jobs. Ich habe keinen Silvester gefeiert. Silvester war bei mir immer 6, 7 Uhr morgens erst zu Hause, weil du halt wirklich bis 3 oder wenn du Pech hattest, 4 gespielt hast, abbauen, nach Hause fahren. Also meine Jobs waren zumindest meistens so, dass du irgendwie 0 Uhr ist, so eine Lücke. Dann hast du eine Stunde Pause, dann ist irgendwo draußen Feuerwerk und talala. Genau, bis dann wieder alle da sind und so. Und dann spielst du halt nochmal knallhart Party-Sets, bis 3,5, 4 Uhr morgens, bis die letzten voll besoffen umfallen. Und der einzige Jackpot an Silvester war, wenn du da pennen konntest, was zum Glück relativ oft der Fall ist und du dich selber hast vollkommen voll laufen lassen, dann ist Silvester eigentlich auch als Musiker ganz gut zu ertragen. Du verkaufst dich gerade sehr professionell. Sagen wir mal so, wir haben jetzt schon so lange... Ich spiele betrunken und besser als du nicht. Ist so, ist so. Ich weiß. Oder sagen wir mal so, ich improvisiere betrunken mutiger. Ja, weiß ich auch. So, ich muss unbedingt was loswerden. Und ich habe auf dem Weg hierhin Radio gehört und ich muss ein bisschen ausholen. Oh Gott. Warte, ich hole mal einen Drink. Einer der lokalen Radiosender bei uns, ich glaube, es war jetzt SWR 1, hat einen Spendenmarathon. Ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches am Jahresende. Aber mir kam so eine Idee, über die muss ich jetzt schon lachen. Moment. Also pass auf, hier ist die Idee. Johannes ruft zu einem Organspendenmarathon. Nee, besser, pass auf. Pass auf. Dieser Spendenmarathon macht dir den Sender unfassbar verletzlich. Denn jetzt stell dir mal vor, ein Typ mit Geld und Humor. Ja. Weil die Idee war, du kannst den Song wünschen und spendest dafür was. Und dann wird Geld... Diesmal haben sie für Herzenssache gesammelt und man versteht mich nicht falsch, finde ich alles saugeil. Ich habe Angst, wo das hingeht. Ich glaube, ich weiß es schon. Ich für meinen Teil habe mir überlegt, wenn ich jetzt da anrufe, und sage, hallo SWR1, ich würde gern 100.000 Euro spenden für die Herzenssache. Und ich wünsche mir als Lied von Eisenpimmel, Fotzenbibbelbahn. Da bringe ich den Sender in ein unfassbares Dilemma. Findest du nicht? Also ich würde mich jetzt mal die Frage, und das meine ich jetzt sehr ernst, wie weit gehen die? Weißt du, also sagen wir mal anders, wenn du jetzt, wenn die sagen, nee, so was spielen wir nicht, aus verständlichen Gründen. Und du sagst, Leute, ich werde dann halt öffentlich sagen, dass ihr eine Spende über 100.000 Euro von mir an die Herzenssache ausgeschlagen habt, weil euch das Lied nicht gut genug ist. Das ist schon hart, oder? Also ich finde es geil. Deswegen würde ich auch überlegen, also du hast ja eine Paypal-Mie, ne? Ja. Sollen wir nicht mal ein bisschen Geld sammeln für den nächsten Spendenmarathon? Ja gut, wir haben ja ein Jahr Zeit. Oder man wünscht, was wäre denn noch schlimmer? Also ich meine, die Frage ist, wie viel Geld ist welche Geschmacklosigkeit wert? Weil auf der anderen Seite, was mir nämlich auffällt, gerade bei öffentlich-rechtlichen Radiosendern, ist, dass die... 200.000 sammeln und die Kinder bei der Herzenssache singen vorzuhalten. Es gibt ja zu Weihnachten nichts zu essen sonst. Nee, aber man... Das wäre richtig geschmacklos. Ja. Nee, aber ich will auch gerne geschmacklos sein. Ich will das Dilemma erzeugen. Es geht um das Dilemma. Es ist aber geschmacklos. Ja. Aber... Ja, aber wo endet das? Aber ich kann deine Frage beantworten. Pass auf. Okay. Wie viel Geld? Ich glaube, viel weniger. Weil die Sache ist ja auch die, ich erlebe diese Spendenmarathons, ich höre mir die auch... Also ich höre halt Radio. Und dann denke ich immer so, ah, dann verkauft ihr so einen Radiosender und das sind ja immer die jungen Format-Radiosender, sondern die so ein bisschen gesetzteren, so SWR und Konsorten. Und jetzt kommt ein Hammer, ewig nicht gehört, ein super Klassiker, Überraschung total. Hier sind die Rolling Stones mit Sympathy for the Devil. Und ich denke so, ah. Weil, ich glaube, die haben ihre 500 Songs. Ja, klar. Und wie durch Geisterhand wünschen sich alle Leute, die spenden, nur einen von diesen 500 Songs. Und die werden dann gespielt. Das ist genau wie die, die hatten ihre Top 1000. Da ist dann seit 100 Jahren ist Nummer 1 der Top 1000 Songs ever ist Bohemian Rhapsody, was ich auch irgendwo verstehe. Aber das Publikum ist generell so mit, ja, die alten Kult-Hits und blablabla und da kannst du nicht dran wackeln. Aber das ist ja der Punkt. Ich glaube schon, dass die Leute... Aber was, wenn da jetzt einer, was ist, wenn einer diese alte Kacke mal so ein bisschen aufrührt? Das ist interessant, weil ich meine, also zum Beispiel, warum setze ich jetzt an? Erstmal kurzer Exkurs für unsere Zuhörer. Du willst jetzt den Fotzenbürenbaden singen? Nee. Aber ich nehme das jetzt nur als Beispiel. Sagen wir einfach mal einen Song, der im Radio in keinster Weise angebracht wäre. Wir müssen noch ganz woanders ansetzen. Erstmal für unsere jungen Zuhörer Radio. Das ist wie Podcast. Das ist wie Streamen, nur dass jemand anders sich überlegt, was du jetzt hörst. Und zwischendurch kommen so News-Mitteilungen. Macht der Papa immer. Machen die Story und sowas. Also das nur kurz für all diejenigen, die mit dem Begriff Radio nichts anfangen können. Und da gibt es natürlich eine Redaktion. Insofern ist die Frage nicht uninteressant. Aber ich glaube, also A, stell dir mal diese Diskussion vor in dieser Redaktionssitzung. Ja, aber es gibt ja schon ganz andere unangenehme Situationen. Zum Beispiel, ich höre hier regional WDR. WDR hat diverse Sender. Gibt es also auch die Oldie-Sender. Mittlerweile sind die Oldie-Sender auch alle durchsetzt von Schlager. Also bei SWR 4 ist das mittlerweile so. Beim WDR 4 genauso. Dann gibt es noch WDR 5. Das ist dann so ganz hochgestochen. So wie SWR bei uns halt. Genau. Also es ist ja alles auch mehr oder weniger ein Haus. Aber trotzdem redaktionell unterschiedlich. Die machen auch nachts gemeinsam eine Sendung in Deutschlandradio beziehungsweise die ARD-Nacht oder Popnacht oder so. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Der WDR hat deutliche Unterschiede. Also das Pendant wäre SWR 3. So von dem wir sind jung, modern. Wir spielen aber auch ein bisschen ältere Sachen. Ja, SWR 3. Ich bin dann eher so bei 1. Mitte 30, aufwärts. Und dann so WDR 1 gibt es auch bei uns. Und das Pendant SWR 1 ist dann schon eher wieder eigentlich für die Leute, die auch ein bisschen ältere Musik mögen. Da hörst du dann immer, da hörst du alle 6 Stunden läuft der Hotel Kalifornia. Genau so. Und der WDR und ich glaube der SWR auch, die haben auch nochmal so einen coolen, hippen, jungen Sender, der dann wirklich dann auch so ein modernes So wie das Ding oder wie das Zeug heißt. Und WDR 2 ist also so der Massensender. Die haben auch super viele Zuhörer, sauerfolgreich, bla bla bla, machen auch echt teilweise ganz coole Sendungen, aber im Mainstream tagsüber läuft halt eben der gleiche Scheiß wie auf allen Sendern. Und die haben jetzt in der Weihnachtszeit in einer Sendung eine Moderatorin die ist riesengroßer Fan. Das spielt sie zumindest immer so, dass sie die erste auch ist jedes Jahr, wenn die Weihnachtszeit so in greifbarer Nähe ist. Die Last Christmas Spiel. Das ist ja redaktionell schon nicht witzig und also es ist zumindest nichts, wenn man sagt. Oh, kultig, kultig. Die haben es aber dieses Jahr fertiggebracht und haben es ernsthaft innerhalb einer Redaktion dieses Teams für gut befunden, dass es doch total geil wäre, die Zuhörer zu bitten, sich selber beim Singen von Last Christmas aufzunehmen, ein Video davon zu machen und denen zu schicken. Und haben dann irgendeinen Typen von irgendeiner A Cappella-Band hier aus Nordrhein-Westfalen genötigt oder gebeten, ich weiß es nicht genau, aus diesen mehr als tausend Einsendungen eine mit Melodyne oder so, also mit Pitchhifting eine Version zu schneiden, die Pseudo-A Cappella mit unterlegtem Beat Last Christmas singt. Ein Halbton tiefer. Und als wäre das schon schlimm genug und du weißt, worauf das heißt, die haben das gespielt, die haben es verfickt nochmal jeden Tag gespielt und immer vorher Last Christmas eingespielt, ha 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 ha, übergefadet in die einen Halbton tiefer laufende A Cappella-Scheiß-Version von Amateur. Jetzt kommt unsere Version. Boah! Ich dachte, das ist doch nicht euer Ernst, das kannst du ja mal machen, nette Aktionen, du bindest deine Zuhörer, alles cool. Du willst aber, nur umdurch kurz, du willst mir also sagen, dass die Präsentation von Last Christmas, dass die Präsentation von Last Christmas in der Öffentlichkeit generell ein fragwürdiges Unterfangen ist. Nein. Sie kann satisieren. Ja, ja, ich hab das ironisch gemeint. Ja, klar. Du hast mit Feliz Navidad angefangen. Das hab ich nicht ironisch gemeint, das hab ich boshaft gesagt. Hast du das echt? Wegen Feliz Navidad ist der Adolf Hitler der Weihnachtslieder. Ist übrigens in derselben Woche 50 geworden. Adolf Hitler. Nee, der ist älter. Feliz Navidad ist letzte, vorletzte Woche 50 geworden. Klingt wie so ein Diktator in Südamerika. Und José Feliziano war ein Bericht, den hat mein Bruder mir zukommen lassen. In der New Yorker eben zum Anlass des 50. Geburtstags dieses wunderbaren Songs haben die José Feliziano besucht, der lebt noch und mit ihm gesprochen und er hat nochmal die Geschichte zum Felix Navidad. Die ist bestimmt total interessant. Ja, er sagte, es sind zwei Minuten eingefallen und wer hätte gedacht, dass das Ding so erfolgreich ist. Aber wohnt halt in einer dicken Villa und ja, dem geht's ganz gut. Und er hat ja auch nur, der hatte ein Cover von, ich komm schon wieder nicht drauf, das war sein Durchbruch. Bestimmt Don't Let Me Be Misunderstood oder sowas. Nee. Nee. Ah, ich komm nicht drauf. Schlimmer Song. Nee, wir haben das sogar damals mit Song of Silence gespielt mit der Anflugband. Cat Stevens. Ich kann mich genau erinnern. Nee, aber irgend so was in die Richtung. So Don't Let Me Be Misunderstood ist gar nicht so schlecht. Irgend so eine Nummer aus dem Dunstkreis. Das war sein Durchbruch. Nee, es ist richtig schlimm. The Doors. Auf Spanisch? Ja, so Spanisch angehaucht. Light My Fire gibt's eine Version von José Feliciano. Das war sein Durchbruch. Stand nochmal im New Yorker. Light My Fire. Come on, baby, light my fire. Moment. Moment. Auf Spanisch, ja? Ja. Er hat also auf Spanisch gespielt. Ja, ja, ich schätze. De donde es... Nee, warte. Scheiße, ich kann kein Phonetisch in Spanisch fällt mir gerade ein. Immer ganz einfach. Hacienda, señor Paracetamol. Hacienda, señor Paracetamol. De donde está el pecho. Hacienda, señor Paracetamol. De donde está el pecho. Come on, baby, light my fire. Das ist scheiße. Das ist genauso scheiße wie... Come on, baby, light my fire. Genauso scheiße wie Feliz... I just set the night on fire. Genauso scheiße wie Feliz Navidad. Oh, Gott. Irgend so ein... Ja, war schön. Also das war auf jeden Fall sein Durchbruch. Und Tim Morrison hat im Grab gekotzt. Ja, klar. Wie die meisten. Aber gut, das gilt ja auch für andere. Also ich glaube auch, dass George Michael gekotzt hat, als er diesen Amateurchor hören musste. Ich muss ja gerade... Habe ich ja nicht getwittert? Als der Wendler seine Musik Popschlager genannt hat. Nee, wir haben aber... Da haben George Michael und Udo Jürgens gleichzeitig im Grab gekotzt. Ja. Und womit? Und haben sich geprügelt, wer schlimmer beleidigt wurde. Definitiv. Ist auch eine interessante Frage, wer schlimmer beleidigt wurde. Ich glaube, der... Ja, oh, ist echt eine spannende Frage. Na, wir reden schon wieder über den Wendler. Habe ich eigentlich gar keinen Bock zu. Nee, wir reden über Pop und Schlager und was beleidigen das für beide Genres. Das ist auch wieder wahr. Ich glaube, Pop hat... Naja, ich glaube, es ist doch einfacher. Ich glaube, Pop ist mehr beleidigt, weil Schlager hat in der Summe relativ viel Müll hervorgebracht. Mehr Schund produziert. Und Pop natürlich auch jede Menge. Also ich denke an sowas wie Last Ketchup oder was gab es noch? Eifel 65. Ja, aber Moment. Wir sind doch jetzt gerade in der Zeit, wo sich Schlager und Pop eigentlich wieder treffen und wieder überschneiden. Total. Diese, 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 ähm... Verstehe mich jetzt nicht falsch. Die Typen mit der Akustik-Gitarre. Nee, aber... Ich kriege es heute. Du weißt, was ich meine, ne? So die Timbenskos und die, ähm... Die Klusos und die... Die Kludars und so, ne? Ich finde auf jeden Fall, dass das der neue Schlager ist. Ja, ist auch so. Definitiv. Also du merkst ja auch am Trend, die Produktion auch der neuen Sachen, die gehen auch ein bisschen mehr in so eine Pseudo-hauseige Richtung. Das fing ja schon an mit diesen Remixen von, äh... Menschen, Leben, Tanzen, Welt, sage ich dir. Von der Sänger, ähm, äh, Kerstin Ott. Und, ähm... Das stimmt, der zieht LKWs auf DSF. Regenbogen fahren ist so eine Nummer, die eigentlich auch eine Popnummer von Max Giesinger oder so sein könnte, wenn du den Text ein bisschen erinnerst. Also Regenbogen ist kein Wort, das ein Popsänger benutzen würde im Deutschen. Aber der Beat, das Tempo, die Art, wie die Melodie geführt wird, ist jetzt kein... Wo man schon so richtig am Ablästern sehen. Ich glaube so, das Schlimmste für mich... Im Moment... Also für mich war eigentlich das Schlimmste lang Rosenstolz und unheilig. Ja. Die sind aber zum Glück beide tot. Rosenstolz bin ich schon... Und Rosé lebt noch. Aber was richtig Schlimmes ist, was so richtig... Also was mich als Zuhörer so beleidigt, dass ich aggressiver hätte, wenn ich es hören muss. Und jedes Mal, wenn... Und wir haben es oft gespielt. Nee. Du kommst drauf, du kommst drauf. Wir haben es oft gespielt und jedes Mal muss ich mich zusammenreißen, ob der Hanebüchen und Scheiße, die ich da zu reproduzieren genötigt werde. Meine Hassband 2020, um mal so anzufangen... Oh je, ich bin gespannt. ...ist Glasperlenspiel. Okay. Glasperlenspiel finde ich ganz schlimm. Abgesehen davon ist das wahrscheinlich die weißeste Musik, die du machen kannst. Und wenn du hörst, wie die Alte die Texte phrasiert und wie die die E's auskotzen und so. Glasperlenspiel ist, was... Ist aber auch... Was Ekelfaktor betrifft, noch vor Silbermond. Ist aber auch kein... Ist aber auch definitiv kein Schlager. Es ist halt auch nicht Pop. Doch. Glasperlenspiel ist für mich Schlager. Aber die versuchen halt so ein bisschen... Also weißt du, ich hab so das Gefühl, wie... Die sagen, hey, wir finden das geil, wenn die Schlagerfans uns kaufen, aber irgendwie... Nee, eigentlich ist das total einfach. Du nimmst einen Song, der... Also ich meine, der erste Unterschied ist der. Vergleichen wir das mal kurz. Gehen wir mal so ein bisschen musikwissenschaftlich durch. Wir haben ja heute Instrumente zur Verfügung. Sollten wir übrigens öfter machen. Nehmen wir mal so einen Song wie... Ich schränke es gerade auf. Du hast mich tausendmal belobt. Du hast mich tausendmal verletzt. Dur, dur, dur. Da gibt es kein großes Moll-Tradart. Das ist wirklich super, super, super ekelhaft. Nehmen wir so was wie... Keine Ahnung. Nehmen wir so einen anderen Tonart. Atem, atemlos durch die Nacht. Bis ein neuer Tag erwacht. Da ist immerhin schon ein Moll drin, der aber so gesetzt ist, dass du einfach in den Circle irgendwie wieder nach vorne kommst. Das wäre dann quasi... Du würdest jetzt sagen... Eigentlich beleidigt das ja Ed Sheeran massiv. Ich bin ja noch nicht fertig mit meiner These. Weil... Ja. Aber das würde Ed Sheeran nicht machen. Ne, weil er das spielen kann. Doch, aber das ist einfach so eine Gefühlsache. Und ich finde, bei Glaspern spielt es zumindest der Grundunterschied von den Chords, ist schon ein bisschen Rock'n'Roll. Ja, weil die in den 90ern geboren sind wahrscheinlich so. Ja, aber das ist doch ein wichtiger Unterschied. Nee. Der Text ist nicht so ekelhaft wie andere. Dafür ist der Text dann kack. Du, pass auf, das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Du... Nehmen wir mal den Vergleich zum Kochen. Ja. Im Restaurant Glasperlenspiel wird der beste Hummer der ganzen Nordsee angeliefert, um dann im beschissensten Eintopf der ganzen Stadt verschissen zu werden. Das heißt, du kannst doch nicht die Qualität der Rohzutaten der Band in die Schuhe schieben. Doch, weil die Auswahl ist ja zumindest schon mal am Anfang. Ja gut, aber bei Andrea Berg und bei allen Songs von Andrea Berg denke ich an das Andrea Berg Hitmix Medley. Das geht sechs Minuten so weiter. Aber... Und jeder Song dieser Dame basiert auf denselben Grundzutaten. Das wäre nämlich ungefähr so, wie wenn der Currywurstbudenbesitzer, der zehn Jahre Erfolg hatte, danach ein Restaurant aufmacht und macht Currywurst-Variationen immer denselben Geschichten. Das ist ein großer Unterschied. Aber also, weil jemand keine Mollakkorde benutzt, heißt das dann nicht, dass das Chance ist. Es geht ja nicht um Mollakkorde. Es geht alleine darum, dass... Denk mal an die Ramones. Ja, aber die beginnen zum Beispiel auf einer anderen Stufe. So, das ist schon mal, finde ich, ein Fortschritt. Helene Fischer, atemlos, eins. Ja, okay. Andrea Berg, alles auf der eins. Außer du hast Glück und sie fängt ausnahmsweise auf der vier an und dann ganz schnell wieder auf die eins zu gehen. Ja, aber dann ist doch unser Broterwerb ist doch, dass wir, dadurch, dass die Songs so einfach sind, sie auch direkt spielen können. Wir müssen es halt nie proben. Wir als Hyundai-Systemmusik... Liebe Schlagersänger, bitte überrascht uns nie mit irgendwas wildem, wie zum Beispiel auf einer anderen Stufe anfangen. Ja, aber sonst müssten wir eure Songs proben. Aber um jetzt mal wirklich ganz transparent zu sein, wenn ich dann zum Beispiel das mit dem Pur-Party-Hitmix vergleiche, der ist viel schwerer, mal einfach so zu spielen, weil der halt wirklich komplexer ist. Da sind auch wirklich mal zumindest Akkorde drin, wo du zum Beispiel nicht weißt, spielen jetzt die Parallele in Moll oder sowas. Also das ist schon ein bisschen komplexer irgendwo. Oder so eine Nummer wie Abenteuer. Man spielst da auch nicht einfach so was. Ja, aber Pur ist so speziell, weißt du? Pur ist so wie... Pur ist so wie... Du hast halt diesen geilen Eintopf mit diesem geilen Hummer. Ja. Und dann läuft die Küchenhilfe namens Engler vorbei und macht... Es sind aber nur Zutaten. Also nehmen wir mal das beste Beispiel. Kann alles sein. So, jetzt ist der Hauptunterschied der... Wir haben jetzt hier einen Mann, der singt... Sie ist die eine, die immer lacht. Die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht. So, schlechter Text, Wortwiederholung. Ist aber nichts anderes bei einem Nico Santos. Der singt die Scheiße auf Englisch. Hello, hello, hello. Immer die gleichen Worte. Alle Songs von Nico Santos haben im Refrain maximal fünf Worte. Andere Sänger sind noch schlimmer, die haben nur ein Oh, Wow oder sowas drin. Aber zum Beispiel, wenn du denselben Song nimmst, machst du den jetzt so... Auf das Gehen der Ton hat... Sie ist die eine, die immer lacht. Wie wo immer lacht? Die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht. Max Giesinger Nummer. Du musst es einfach nur mit derselben Scheiße in einem anderen Habitus singen. Ja, das ist nicht sauber singen. Das ist klar. Sauber singen, zack, fertig ist der Popsongwriter. That's easy. Ja, deshalb sage ich ja, das ist ja der neue Schlager. Ja, die Nähe ist auf jeden Fall da. Wie gesagt, ein bisschen andere Wortwahl, wobei... Was ich aber ein bisschen verlogen an der Nummer finde, ist, dass beim Texteschreiben oft so getan wird, als sei man ein reflektiertes Kerlchen, was so nachdenklich daherkommt und so weiter. Aber das ist ja wirklich gehaltlos. Ja, wobei, du kommst ja heute auch schnell in die Verlegenheit. Also, wenn du jetzt einen Text schreibst, der einfach irgendwie sich für dich okay anfühlt und ich meine, das ist ja auch die Frage, wenn du schreibst heute, ab wann... Also, nee, man kann doch weiter zurückgehen. Die Frage ist ja, biederst du dich an oder wird es als anbiedernd interpretiert? Weil manche Leute schreiben einfach so, andere schreiben, weil sie einen bestimmten Effekt erzielen wollen, zum Beispiel Erfolg oder manche kopieren auch einfach nur, weil denen selber nichts anderes einfällt und übernehmen in diesem Genre bestimmte Gepflogenheit. Also, ich finde schon, dass es so Keywords in jedem Genre gibt. Ja! Aber der hat gesagt, der macht halt Schlager und macht Punk. Also, so easy, nichts Geiles, sondern so sich verkaufender Punk, der irgendwie bei Sony vertickt wird, so Betontot heißt die Band. Okay. Muss man nicht kennen, verkaufen aber echt ganz viel Platten und so. Und der textet für die gleiche Band. Und ich habe ihn dann gefragt, sag mal, wie kriegst du das unter einen Hut? Und der hat den schönen Satz gesagt, ganz ehrlich, die Parameter sind dieselben. Du baust einfach ab und zu Dosenbier ein. Das ist natürlich super überzeichnet. Und natürlich sind die Texte nicht dauernd voller Dosen. Ja, ja, ich verstehe. Manowar baust du immer Sword, Fly, Eagle und Zeug ein. Ja, aber das ist aber nicht der Gehalt. Ich glaube, dass wenn du in einem musikalischen Genre oder in einer sozialen Gruppe groß wirst und sozialisiert wirst, dass du dir diese Keywords automatisch aneignest. Auf jeden Fall. Und in dem Moment ist noch gar kein Gehalt geschaffen. Sondern wenn du das produzierst, wenn du das schreibst, was aus dir rauskommt und das auch ungefiltert weitergibst, dann sagt das Erfolgsbarometer wahrscheinlich, weil du nämlich, sag jetzt mal einfach, 5000 Worte Songtext auf die Leute ballerst und davon mit Glück fünf Worte sind, dass blinde Hundert dann das Korn findet, wo du dann halt was mit verdienst. Aber das ist der ehrliche Weg. Ja, aber du kannst auch umgekehrt argumentieren. Wenn ich zum Beispiel versuche, einen Schlagertext zu schreiben, gelingt mir das nicht. Oder ich müsste mich ewig anstrengen. Also es ist... Vielleicht können wir, oder ich zumindest, maß mir nicht an, einen guten Schlagertext zu finden einfach, weil die für mich alle gleich klingen. Ja, wobei, das ist jetzt auch wieder schwierig. Also zum Beispiel Udo Jürgens, der, wie ich finde, schon irgendwie ein geiler Texter war. Der hat so ein paar Songs gemacht, die wir auch im Repertoire haben, die jetzt gar nicht so... Die kannst du aber anders benennen. Dann nennen sie Chanson. Eigentlich ja. Eigentlich wäre das korrekt. Aber selbst die nicht so klingen, also nicht diese musikalischen Parameter verwendet. Mein griechischer Wein ist ein Chanson. Das kannst du so setzen. Definitiv. Und auch von der Erzählweise. Es wird eine Geschichte erzählt. Macht das Ding auch französisch und alles ist klar. Exakt. Aber zum Beispiel die Nummer, witzigerweise, die wir auch einmal angespielt haben. Es gibt einen Song von ihm, der, ich weiß gar nicht, wie der Original ist. C'est la vie. Die Geschichte ist voll schön erzählt, obwohl es auch immer wieder die gleich ist. Die ist geklaut. Auch mit Worten, die irgendwo nicht irgendwo rein, also nicht so Extremschlager anbiedern sind. Ja, aber die ist komplett geklaut. Ja, klar. Es gibt einen englischen Song, wo ich jetzt gerade vom Nachmittag draufkomme. If you like Pina Colada. Hast du sogar die Eagles? Die Nummer hat genau den gleichen Content. Ja. Ist genau die gleiche Nummer. Er hat bei sich selber geklaut. Spätere Nummer, ich war noch niemals in New York, erzählt die fast exakt gleiche Geschichte nochmal. Also zumindest immer wieder diese Geschichte vom, ich mache was geheimen, meine Frau darf es nicht mitkriegen, ich verlasse sie, um irgendwas zu machen, mache es dann aber doch nicht richtig, komme ich dann nach Hause oder eben bei C'est la vie. Haha, witzig, es ist die eigene Frau. Also im Prinzip ist die Geschichte auch von der Kernidee hier. Ich stelle mir gerade, ich habe vielleicht schon ein bisschen meinen Arschloch-Tag, aber ich stelle mir so einen Text vor von C'est la vie und vielleicht muss man kurz erzählen. Der Typ antwortet, also der Text ist älter, der ist prä-Internet. Der Typ hat halt keinen Bock mehr auf seine Ehe und antwortet auf eine Kontaktanzeige und er gibt eine auf, ich weiß es nicht mehr. Er gibt eine auf. Insofern treffen sich halt zwei Leute schriftlich über eine Kontaktanzeige heute, wer hat wahrscheinlich irgendeine, weiß ich nicht, Tinder oder sonst was. Oder Grindr. Bei Tinder läuft es glaube ich über Fotos, da würdest du diese Erfahrung nicht machen. Also die haben sich nur schreibend kennengelernt, eher so die Chatroom-Situation. Und da haben sie sich verabredet, haben gesagt, wir brennen zusammen durch, fangen neues Leben an, blablabla, wir sind unsere Ehe leid und wir verlassen unsere Partner. Und dann treffen die sich und oh Zufall trifft er da seine eigene Frau, die den gleichen Plan hat. Und anstatt sich dann vor lauter Eifersucht gegenseitig in die Fresse zu hauen, brennen sie einfach zusammen mit euch. So, super Story, alles klar. Jetzt stell dir das mal vor und baue in die Story eine Glory Hole Party ein. So ein Zufall, dass du hier bist. Oh, Schatz. Die kenne ich doch. Du bist aber nicht der behaarte LKW-Fahrer, den ich hier erwartet habe. Ja, man müsste, eigentlich wäre das so eine schöne Aufgabe, Songs rauszusuchen, die eine sehr fragwürdige Geschichte erzählen. Da fällt mir ein. Und die in den Modernen zu übertragen. Ich habe in den 90ern mal ein Hörspiel aufgenommen. Vielleicht machen wir ein Disco-Völks-Album mit derlei Titel. Ich habe in den 90ern mal ein Hörspiel aufgenommen. Shoutouts an Jan, der da mitgemacht hat. Das wurde nur schwarz über Kopieren von Kassetten vertrieben. Ja, geil. Und da hat der Protagonist eine Szene gehabt und zwar hat er sich heimlich auf dem Bahnhofsklo mit einem Typ mit einer Latexmaske getroffen. Und die haben halt rumgefickt. Und dann zieht der Typ die Latexmaske aus. Und da war das Kurt Felix. Da wurde der die ganze Zeit gefilmt und war bei Verstehen Sie Spaß? Ihhh. Ja, war lustig, findest du nicht? Ja, aber auch Ihhh. Ja, ist ein bisschen Ihhh. Oh Gott. Aber ist doch trotzdem lustig. Ja, lustig ist es auf jeden Fall. Jetzt stell dir mal vor, Verstehen Sie Spaß, würde so weit gehen. Wie geil die Sendung wäre. Da wäre natürlich Guido Kanz der falsche Mann an der Front. Das ist, glaube ich, auch der einzige Grund, warum das nicht passiert. Also jetzt, no offense gegen Guido. Nee, aber Paula und Kurt Felix hätten das auch nie gemacht. Ja, aber wenn ich heute so Formate sehe. Der geflügelte Satz in dem Hörspiel war, warum ziehst du jetzt die Maske aus? Oh Gott, du bist ja Kurt Felix. Oh komm, ist jetzt auch egal. Das klingt aber auch so ein bisschen nach Love Island oder wie diese Sendungen heißen. Also ich finde, die sind ungefähr auf einem ähnlichen Niveau. Die letzte Sendung, die so hieß, die ich geguckt habe, war aus den 70ern. Ja. Da sind so Typen auf so eine Insel gekommen und die wurden immer bedient von so einem hawaiianischen Lilliputana. Wie viele Gruppen haben wir heute eigentlich schon so latent diskriminiert hier oder in irgendeiner Form, zumindest in diesen Podcast gezogen. Nee, Love Island ist eines dieser RTL2 oder RTL-Formate. Das ist halt die Sommerhaus der Stars. Genau, so asoziale Scheißleute. Ich kann mir schon vorstellen, wenn, verstehen Sie Spaß, nochmal einen Besetzungswechsel in der Moderation hätte, dann wäre vielleicht echt potenzial da, wenn es ein anderer Sender wäre heute. Ja, aber wen würdest du fragen? Wen würdest du fragen? Pocher. Pocher wäre asozial genug für sowas, weil der macht halt für Fame und Geld, glaube ich, alles. Die, der, na gut, Pocher sowieso. Die Frage ist die. Grundsätzlich die Idee, im Fernsehen Leute zu verarschen, Promis zu verarschen. Und diese dünne, diese schmale Linie zwischen, ha, da habt ihr mich aber schön dran gekriegt und, Leute, das hier ist ein No-Go. Diese schmale Linie zu finden. Und die ist meiner Meinung nach einmal viel zu weit Richtung, ha, da habt ihr mich aber schön erwischt. Bin ich völlig bei dir. Welcher Moderator und welcher Kopf von, verstehen Sie Spaß, könnte das denn schaffen? Ich meine, Harald Schmidt hat es nicht geschafft. Nee. Aber das waren immer noch andere Zeiten. Ich glaube, dass das heute, auch durch Social Media Stars und so, ich meine, schau mal, ich habe letztens rumgesappt und, wie heißt die Kack-Sendung? Liebe Grüße. Supertalent reingeschaltet. Wird ja nett da hinten aufgenommen. Ja, ja, irgendwo hier in der Nähe. Auf jeden Fall, Supertalent. Ist klar, Bohlen, kann man, ein streitbarer Typ, aber er hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung in irgendeiner Jury. Bohlen finde ich irgendwie schon cool. Ja, ja, auf jeden Fall. So, er sitzt daneben, so eine Blonde. Ich musste erst mal googeln, wer die ist. Weil es ist halt nicht immer noch Michelle Hunze. Nee, eben nicht. Sondern da saß jetzt irgendeine Frau, die richtig dumm ist, die richtig gemacht aussieht. Und wie heißt die? Der so halb, ich habe schon wieder vergessen, der halb die Möpse rausfallen, so ganz ganz schlimm. Gut, immerhin. Und die war wohl in irgendeiner Sendung. Bachelor, hat eine Insta-Channel von, also ganz, ganz viele Follower, super einflussreich dadurch. Und die sitzt jetzt in so einer Jury. Das heißt, völlig talentfrei, aber breit. Echte Talente auch zu bewerten, das ist ja schon anmaßend. Nee, einfach Show zu machen. In der Sendung geht es ja auch, wie bei fast allen anderen Sendungen, gar nicht mehr unbedingt darum, was da auf der Bühne passiert. Also ob der Hund jetzt wirklich durch drei brennende Reifen springt und danach das Alphabet rülps. Das ist völlig egal. Kannst du dich an die Frau erinnern, die mit ihren Titten, die Melonen und die Bierdosen kaputt geschlagen hat? Ja, ich habe das so gut, wie es geht, vermieden zu gucken. Oh, das war eine geile Folge. Ja, aber weißt du, dann sind wenigstens so Sachen, die hängenbleiben. Und heute geht es irgendwie darum, bei jedem Kandidaten ist irgendwas special mit dieser Jury. Vier Leute sitzen da und dann muss einer auf die Bühne, der muss dann da was machen oder oh wunder, auf einmal kann der was ganz Tolles und sowas ähnliches. Der Gottschalk, der war ja da völlig deplatziert. Der kam auch mit dem Bullen, glaube ich, nicht vorhanden. Habe ich, glaube ich, auch nicht wirklich gesehen, aber Gottschalk ist auch so die alte Schule. Der hat halt wirklich, der war Gastgeber, also der hat seine Gäste glänzen lassen und hat sich nicht dauernd in den Vordergrund gespielt. Das ist interessant, ich habe ein Interview mit ihm gehört, beziehungsweise das war, glaube ich, in der Jubiläumsfolge von Baywatch Berlin, da war Gottschalk als Gast. Ach cool. Das war ziemlich gut. Da hat er auch, weil ich bin absolut kein Fan, hat er sich aber supergeil verkauft und hat auch gesagt, dass man sich nicht, also es ging wohl um die Story, wer mehr Liegestützen schafft und Gottschalk hat halt gesagt, wenn mein Gast weniger Liegestützen als ich schafft, dann würde ich so tun, als würde ich weniger schaffen. Und der Lanz, da muss es eine Situation gegeben haben, wo der Lanz versucht hat, den Gast echt zu besiegen. Das ist dann schon so ein bisschen scheiße halt. Ja, aber das finde ich zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel, ich mag den Lanz null. Also das ist wirklich ein ganz schrecklicher Moderator, der dann irgendwo... Liebe Grüße. Ja. Props Auto Markus. Der hat auch irgendwie da keine Hemmungen und hat auch seine Position oder seine Rolle nicht so gefunden, zu sagen, bin ich jetzt Gastgeber, will ich investigativ sein. Dann wird er so ein bisschen wie Michel Friedmann, der auch mal so eine ganz bittere Talkshow hatte früher mit immer nur einem Gast, mit so einem Sofa, das so aufgestellt war, dass die sich quasi ins Gesicht gucken konnten. Michel Friedmann ist für mich eins der größten Ekelpakete. Ja, ich habe das... Deutschland jeweils Fuß auf die Straße gesetzt hat. Boah, da war ich noch relativ jung und habe das irgendwann mal im späten Fernsehen gesehen und der war so aggressiv und hat seinen Gast so auseinandergenommen. Das war mir super unangenehm. Und keine Ahnung, also dagegen war ein Raab, der irgendwie die Leute verarscht hat oder auch ein Harald Schmidt. Das war aber ein anderes Niveau. Ganz anderes Niveau. Und ich glaube, die Gäste wussten das dann ja auch relativ bald. Ey, wenn du da hingehst, dann musst du damit rechnen und durch den Kakao gehen. Dass er mit der Ukulele über deinen Schamhaaren singt oder sonst was. Das ist ja bei Verstehen Sie Spaß halt ähnlich. Du weißt halt, okay, du wirst dann da verulgt und man weiß ja auch nicht so genau... Ja, aber der Unterschied ist der bei Verstehen Sie Spaß. Du wirst erst mal verulgt. Ja. Dann wirst du gefragt, ob das okay ist, wenn sie das zeigen und ob du in die Sendung gehst. Ja. Bei Raab war das so, okay, ich muss zu Raab in die Sendung, weil ich will ja mein neues Buch, mein neues Album promoten. Also muss ich damit rechnen, dass der mich live so ein bisschen verarscht. Das sind ja zwei verschiedene Baustellen. Ja, aber die Basis des Deals ist dieselbe. Fame für so ein bisschen Wurde. Die Basis, ich muss Promo machen und der hat halt die und die Art, okay, ich gehe aber hin. Und bei Verstehen Sie Spaß glaube ich, dass sich das ändert. Früher hätte vielleicht der eine oder andere Promi dann gesagt, ey, das war zu krass oder wie auch immer. Aber die wissen ja auch alle, dass die das brauchen und heute umso mehr, weil immer mehr Leute da sind. Das ist ja das, worauf ich so ein bisschen hinaus will, weil in der Jury von fucking Superstar irgendein Tittenmäuschen sitzt, die auf einmal irgendwo hergekommen ist. Aber das würde ja heißen, du würdest sagen, verstehen Sie Spaß, ist ein Fernsehformat mit Zukunft. Ähnlich wie Wetten, dass meiner Meinung nach auch ein Fernsehformat mit Zukunft ist, wird aber in einem großen Teil vom Supertalent geschluckt worden. Ja, wenn die in der Dramaturgie es schaffen, extremer zu werden, würden die es schaffen, auch Zuschauer zu halten. Bin ich fest. Du meinst, wie Joko und Klaas jetzt mit dieser Tag-Team, mit dieser Team-Edition von diesem Duell um die Welt machen? Joko und Klaas ist, bestes Beispiel, der Fame, den die bei ProSieben haben, ist, dass die das Publikum, also das jüngere Publikum zu ProSieben geholt haben, weil die im Prinzip so ein bisschen Jackass für Arme gemacht haben. Also diese ganze Duell um die Welt Nummer ist ja schon so ein bisschen... Fand ich, nee, 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 nee. Sehe ich aber anders, überhaupt nicht. Weil Jackass ist für Arme. Ja, ja, gut. Jackass sind professionelle Stuntmen, die das, was sie gelernt haben, einfach nun völlig hirnlos nutzen, um damit kurze Lacher zu erzeugen. Das ist zusammenhanglos, das ist eine Aneinanderreihung von dummen Stunts. Jackass war noch nie lustig. Bei Jackass geht der Vater, der dicke Vater von einem der Protagonisten, aufs Klo und die, während der am Kacken ist, überraschen die denen, indem sie reinspringen und dem plötzlich aufs Maul hauen. So, das ist Jackass. Und das war nicht... Voll lustig. Nee, finde ich überhaupt nicht lustig. Wohingegen, ich fand dieses Duell um die Welt jedes Mal so, dass, wenn einer sein Ding gemacht hat, du auch gesagt hast, boah, Alter, das war eine reife Leistung. Ja, auf jeden Fall. Und du kannst halt den armen, kackenden Vater auf dem Klo nicht sagen, oh, reife Leistung, dass du dir das in die Fresse hauern lässt. Weißt du so, also es war schon eine Entscheidung auch immer noch, da mach ich das oder nicht. Muss man aber auch wieder sagen, ist natürlich auch wieder 10, 15 Jahre her und war zu in der Zeit, wo die Blatthorn-Gang unter anderem dadurch berühmt war, dass man auf der Bühne gekotzt und gekackt und gepisst hat und so. Ja. Jackass geht dann in die gleiche Richtung, kommt ja auch aus dem selben Kontext, im selben Umfeld. Und vor allem aus dem selben Land. Eben. Und klar, ich habe mich da schlecht ausgedrückt. Natürlich ist das auf einem viel höheren Niveau und auch super unterhaltsam, aber es ist auf jeden Fall eine Sendung, die in vielerlei Hinsicht, auch andere Formate, die die beide gemacht haben, auch irgendwo so die Grenzen ein bisschen ausgelöst haben. Was darf ich im Fernsehen zeigen? Was darf ich dem anderen zutun? Wie weit darf ein Wettbewerb gehen? Wie sehr darf ich meinen Sender damit reinziehen? Also auch das Bekämpfnis gegen ProSieben. Ja, da war mal, die 90er waren generell so ein bisschen so. Das war ja so, dass Grenzen ausloten, speziell gegen Ende der 90er. Extremsportarten kamen auf. Es ging um Grenzen testen. Vielleicht musste mal zu weit in diese Ecke schwappen. Aber mir war Jackass damals schon, ja klar hat man schon mal drüber gelacht, aber da gab es auch noch so Fernsehsendungen, klar, da gab es auch noch Prä-YouTube, die lustigsten Heimvideos der Welt. Wollte ich gerade sagen. Wo irgendeiner mit seinem Kind filmt, hat man mit dem Fahrrad gegen eine Wand fährt. Ja, es geht genau darum. Du bedienst halt damit die Leute, die sowas witzig finden. Ja, jeder findet das witzig. Dem kannst du dich nicht entziehen. Aber es bedient halt die niedrigsten Instinkte des Humors. Also, jeder fällt auf die Fresse, ist immer lustig. Wo ich nicht drüber lachen kann, ist, wenn du das so inszenierst. Das ist halt, und da hört halt bei Jackass bei mir aus. Ich habe eine gute Szene bei Jackass gesehen, wo ich gesagt habe, ja, da war jetzt ein bisschen, das hatte so ein bisschen was. Und zwar ging es darum, das war noch nicht mal irgendein Stun, sondern die haben halt quasi eine Mutter gezeigt, die ein Kind wickelt und dann die volle Windel in der Mülltonne steckt. War halt eine Statistin oder was. Dann kam einer von den Jackass-Typen und hat jeden gefragt, ob er Geld für Essen hat. Und als ihm keiner was gegeben hat, hat er die volle Windel gefressen. Wo halt natürlich Schokoladenpudding oder sowas drin war. So, ich möchte aber eigentlich der Jackass-Crew in dieser Folge noch nicht mal zumessen, dass er sich vorher Gedanken über die Meta-Botschaft gemacht hat, die sie da gesendet haben. Sondern die finden das einfach nur lustig, dass ein Penner scheiße frisst. Ja, ich glaube, da war auch nie ein Skript oder so dahinter. Das ist ein ganz schlechtes Fernsehen. Da ist natürlich schon richtig redaktionelle Arbeit dahinter. Es ist auch interessant zu sehen, wie die Bereiche zwischen vor und hinter der Bühne verschwimmen. Wie die Crew immer mehr vor die Kamera gezerrt wird, Persönlichkeiten entwickelt und so weiter. Das ist auch schön, das ist auch gut. Und du merkst da halt auch, finde ich, was passiert, wenn Leute lang gut zusammenarbeiten. Vor allem lang. Also wenn die zusammen was aufbauen. Und das ist halt eine gute... Ja, das stimmt. Ich meine, klar, die haben natürlich auch zusammen ganz woanders angefangen. Die sind auch zusammen, sind die halt mehr oder weniger durch die ganzen Sender gereist. Und zwar vor wie hinter der Kamera, nicht nur die beiden. Ja, ja, klar. Das merkst du halt. Das ist ein feststehendes Team. Du siehst, wenn du die alte Clips anguckst, ach guck mal, der Typ, der war auch schon dabei damals. Und der Kameramann, der Redakteur und so weiter. Und die werden ja mittlerweile auch gefeatured, weil sich auch gezeigt hat, dass die halt einen Unterhaltungswert haben. Und das macht für mich Sinn. Aber bei Jackass, das war mir alles zu amerikanisch. Das war mir zu auf die Fresse. Ja, ich fand's auch nie jetzt irgendwie gut. Das war halt sowas, das hast du dir drei, vier, fünf Szenen angeguckt. Das war halt spektakulär und nicht mehr. Ja, ja. Es war einfach so, bei der Platten ging ja genauso. Musikalisch war das nichts Dolles. Ich fand die Platten, die haben gerockt. Ja, ja. Aber irgendwann dann auch nicht mehr. Achtelketten und Gib ihm, ne? Die waren schon auf die Fresse. Along Comes Mary, super Nummer. Definitiv. Habe ich immer gern gespielt live. Ja, die haben tierisch Bock gemacht. Das war generell in der Zeit ganz schön. Aber die Nummer auf der Bühne war halt dann faszinierend. Weil man einfach dachte, wow, krass, wer macht das? Kannst du dich noch an Rock Bitch erinnern? Die haben gefickt. Die haben immer goldene Kondome. Ja, oh Gott, ja. Und dann haben Nashville Pussy nicht auch irgendwas? Ich weiß es nicht mehr. Ja gut, das gab es aber auch schon in verschiedenen Zeiten. Ob das jetzt ein Ozzy Osbourne war, der dann irgendwelchen Tieren den Kopf abgebissen hat und irgendwie Blut inszeniert wurde. Da ist halt Marilyn Manson, der dann das Gerücht überall gestreut hat, dass er sich selber einblasen kann. Und dann ja auch ganz offensiv in Videos mit so einem Zwischending zwischen Goth, perverser Sexualität, bisschen zu Sex mit Tieren und so. Vor allem auch Androgynität hat er so ein bisschen mit reingeholt. Das hat sich vorher nämlich keiner getraut. Wiederholungen, Wiederholungen. Ja gut, Androgynität. Doch, Bowie. Aber die Nummer, ja. Bowie, Shinnett O'Connor hat ein bisschen damit gespielt. Prince hat ein bisschen damit gespielt. Aber nicht so krass und nicht so extrem auf Provokation getrimmt wie Marilyn Manson dann. Wobei das zum Beispiel auch musikalisch gibt, Leute, die finden es total geil. Ich finde auch ein paar Sachen interessant. Ich finde, okay. Ja. Tut mir nicht weh. Macht mich überhaupt nicht an. Es ist kein weltbewegungsmusikalisches Haud'oeuvre, das der da kreiert. Aber es war halt irgendwie so, krass, was machen die da? Wieso trauen die sich das? Und natürlich nicht zu vergessen, die Kelly Family. Die haben auf jeden Fall auch geschockt. Die haben was geschafft, was sonst keiner vorher irgendwie zustande gebracht hat. Drei Wochen mit 20 Mann in einem Bus geht, ohne sich zu waschen. Also da, das müssen Joko und Klaas sich erstmal trauern, weißt du? Wie meinst du? Ja, so eine Nummer mitzubringen wie die Kelly Family, finde ich. Ich weiß ja nicht, von welcher Nummer konkret du redest. Einfach nur der Lebenswandel, das aufzubauen. Die komplette Geschichte. Ich glaube, da steckt ganz viel Scheiße dahinter. Das ist schon mutig. Ne, ich glaube, da steckt viel Scheiße dahinter. Das ist krass. Ich glaube, dass da tatsächlich irgendwann mal so eine Aussteiger-Hippie-Nummer war. Und die wurde ganz schnell von ein paar koksnasigen Arschlöchern total verschissen. Und ich glaube nicht, dass das sehr glückliche Leute sind heute. Ne, ach. Also jeder vielleicht so der eine oder andere. Wir haben immer noch Medienpräsenz ohne Ende. Ich habe neulich ein schönes... Das ist immer so unangenehm. Also mittlerweile haben die für mich so ein Level wie auch der Pocher jetzt in jüngster Zeit. Egal, wo du hinguckst, immer so, hä, 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 ein Kelly. Kommt drauf an wer, kommt drauf an wer. Ja, also zum Beispiel, ich finde, der Joey Kelly, der hat sich ja dann doch auch wieder durch Leistung auch einen Respekt, einen Achtungserfolg verschafft. Ja, aber das geht gerade wieder zurück. Iron Man und hier und da. Ja, aber der ist jetzt gerade wieder, die touren ja wieder. Und der ist jetzt wieder mehr in dieser Kelly-Family-Nummer drin. Und das hat halt so ein bisschen was wie, wir haben schon öfter drüber gesprochen, eben auch so Kollegen wie Hathaway oder so, wenn die halt so zehn Jahre quasi was anderes machen. Bei der Dome waren. Und kommen dann auf einmal wieder zurück und wieder so, hey, wir gehen wieder auf Tour. Und natürlich ist es bei denen genauso. Also die füllen die Halle und das finde ich auch respektabel. Mit den Kids, die damals mit ihren Eltern da waren, die sind jetzt irgendwie so zwischen 30 und 45, haben selber Kinder und schleppen die wieder mit dahin. Und natürlich spielen die Kellys halt ihre alten Hits und versuchen... Ja, aber da sehe ich auch wieder noch einen Unterschied. Wenn die Kellys touren, gehst du da hin, um die Kellys zu sehen. Ja. Wenn Hathaway, Captain Hollywood, wie sie alle heißen, Lou Bega... Lou Bega. Entschuldigung, das war sehr unprofessionell. Moment, da können wir gleich ein gutes Spiel draus machen. Lou Bega! Ja, also... Ladies and Gentlemen... Rednecks... Rednecks... Mr. President... Ja, gut, die... Also der ganze Kram. Dann, die touren ja auch meistens zusammen, die geben ja keine Konzerte, die haben keinen eigenen Schuss. Wieso wandert so das? Die sind... Nein, die sind auch so 90er-Partys. Sprich, die sind auch nur die Hyundai's ihrer Zeit und werden da halt nochmal so vorgeführt. Ich glaube, die stehen auch abends zusammen an der Bar und feiern so, wie wenn man heute auch als Band auf Kreuzfahrt ist oder so und versuchen, also leben in so einer Blase und versuchen wahrscheinlich die ganze Zeit so zu tun, als wäre immer noch 1995 oder Weiß ich nicht. Ich glaube, die sind schon relativ realistisch, aber also bis auf die, die halt... Also Mr. President nicht. Die habe ich backstage gesehen. Das war definitiv nicht realistisch. Oh, jetzt wasch mal hier Dreckwächer. Erzähl. Also ich habe noch nie so einen großen Haufen Koks auf einem Tablet gesehen, sagen wir es mal so. Und das hatten die wohl echt nötig. Die kamen rein, total abgefuckt. Dann haben die sich da für mein sehr junges Empfinden... Coco Jumbo. Aber sowas von die Nase gepudert. Ich habe vor allem, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eine schwarze Person geguckt. Das werde ich auch nie vergessen. Wegen der weißen Oberlippe danach. Nee, die Nasenlöcher. Also die hatten so ein Tablet. Also wir kamen backstage. Wir waren natürlich vorher da, haben wir auch früher gespielt. Und irgendwann kam so ein Typ rein und er brach einen Spiegel mit zum Goldrand und legte den auf den Tisch. Und ich dachte so, keine Ahnung, Spiegel. Da wird jetzt drauf gebumst. Und dann kam ein anderer Typ mit, ungelogen, einem Beutel Koks, ich würde mal schätzen ein Kilo mindestens. Knallt diesen Beutel. Ich habe das ja noch nie gesehen, ich war da 17 oder so. Knallt diesen Beutel auf den Spiegel. Er holt wirklich wie in so einem schlechten Film. So ein Spring, schneidet den Beutel komplett auf, zieht den so auf links, dass die ganze Scheiße auf dem Spiegel ist. Nimmt den Beutel und ohne uns zu beachten, geht einfach wieder. Und wir saßen dann da, vier Mann, mit dem Spiegel und dem Beutel Koks, der jetzt entleert war. Wir saßen halt da und dachten so, was ist hier gerade passiert? Und dann kam Mr. President, diese zwei Tussen und der Typ. Und der Typ, ungelogen, die kamen rein, Kühlschrank holen sich einen Drink. Hi, hi, hi. Setzen sich, gucken so ein bisschen. Hast du das Gefühl gehabt, die brauchten so ein paar Minuten, damit die ganze Situation so normal, gerade so, so normal ist, dass man sich so das Gefühl hat. Musst du zittern unter dem Tisch und unterdrücken. Wir haben uns jetzt kennengelernt. Wir haben hi gesagt, ihr wisst, wer wir sind. Wir wissen, wer ihr seid. Wir sind jetzt lange genug zusammen. Jetzt können wir koksen. Und dann hat der Typ, für mein Empfinden, wirklich seinen kompletten Schädel in diesen Berg gehauen und tief eingeatmet. Und dann kam der Kopf hoch und alles war halt hier so weiß. Ich dachte so, wow, du siehst aus wie ein Torn. Wo bin ich hier? Er ist total kaputt halt. Und das war definitiv nicht das Koksen von so einem Berghain-Gänger, der sagt, ich bin gut drauf, ich will eine gute Zeit. Es war auch nicht das Koksen von einem, ich habe da später dann natürlich noch durchaus andere Beispiele erlebt. Und die Party-Kokser, die halt einfach sagen, ich brauche das, um auf die Bühne zu gehen und so richtig drauf zu sein, war das auch nicht. Sondern es war schon so dieses, so jetzt bin ich wach. Jetzt kann ich anfangen zu saufen. Ich helfe mich langsam wieder runter zu bringen. So richtig krank. Also das war definitiv so ein Beispiel dafür, wo ich glaube, die wollen entweder aushalten oder es ist schon so ein bisschen, das haben wir schon immer gemacht und das gehört so dazu. Vengaboys haben sich mal beschwert, weil ich ihr Dixi-Klo benutzt habe. Und zwar ziemlich ausgiebig. Das ist unser Dixi-Klo, das steht in unserem Vertrag. Die Mädels von Vengaboys. Und meine damalige Freundin hat sich von den Vengaboys ein Autogramm gegengelassen. Weißt du, was die Mädels auf der Backstage-Batch draufgeschrieben haben? Vengaboys. Das ist geil, oder? Mein Highlight ist immer noch... Jetzt stell dir mal vor, du schreibst... My heart goes shalalalala, shalala in the morning. Oh, fuck. Shalalalala, shalala in the sun. Geile Nummer. Vengaboys, Weltklasse. Also ich weiß nur... Make some noise for the Vengaboys. Die Vengaboys waren, glaube ich, auch immer andere. Aber stell dir mal vor, du willst ein Autogramm von Fischerchören. Und dann schreibt der irgendein Senior, Fischerchöre auf den Zettel. Ach, geil. Ist doch geil. Gibt da so ein paar Dinge. Ja, stimmt. Wäre eigentlich so... Hey, Metallica. Metallica. Hast du aber mal mit Geiersturz-Luke gespielt? Nee. Ich hab die mal in Luxemburg gesehen. Da hatten die... Geile Band übrigens. Da waren nur zwei da und die haben Vollplayback gemacht. Und die haben eine Viertelstunde Show gemacht oder so im Vollplayback. Saxophon und Gesang. Da haben wir uns vor und nachher Backstage in der Turnhalle mit Bademäntlern rumgehackert. Das ist geil. Die wollten unbedingt auf Rockstar machen. Ja gut, das ist aber auch Show. Gehört dazu. Also ich finde so... Aber wen beeindruckst du denn außer der Hausband? Ja, keinen. Aber das reicht ja schon. Bei vielen dieser Künstler, weißt du, ich glaub, man sagt ja immer so im Coaching oder so, oder wenn du Leute triffst, die dir gute Tipps geben wollen, die irgendwas gerissen haben oder so und du bist am Anfang, dann sagen alle, think big. Und ich glaub, irgendwann kommt so der Punkt, wo vielleicht dieses think big zu was geführt hat, zum Beispiel in einem Hit. Und dann kommt aber nicht der zweite Hit. Und dann merkst du langsam, wie du abstürzt. Und irgendwann kommt dann dieses Ding, think small. Hey, wir spielen heute Abend in der Turnhalle in Ischgl. Ja, wenn du dann nicht die Tonhalle, sondern so eine Mini-Tonhalle und dann sagst du, aber wir werden einen Bademantel auftreten, um so richtig auf dicke Hose zu machen. Ich meine, ich bin das beste Beispiel dafür. Die haben Backstage-Bademantel rumgehangen, verstehst du? Ja, klar, um einfach nur zu zeigen. Aber ich meine, selbst, ich habe mein Auto bedrucken lassen mit meinem Logo, ist die gleiche Nummer. Doch, die Argumentation ist, gelegentlich fahre ich, weil ich ja auch im Karnevalsgeschäft bin, irgendwo vor. So diese Nummer, oh, die haben es all dich, die haben hier eine extra Parking-Lane, dann kommt die Technik. So, natürlich habe ich gesagt, ich muss das Auto beschriften, weil sie denken einfach nur, da kommt ein schmutziger Berlingo. Was will der? Hier hat er sich verfahren. Oh, super. So die Story hatten wir auch mal. Dass du vor allem, genau, wenn du so eine Lane hast, bei so großen Stadtfesten. Ja, genau, hast du es ja auch. Da hatten wir, mit einer Coverband hatten wir einen Konvoi, wollten in die Stadt rein. Die war natürlich vor der örtlichen Feuerwehr, orange abgesperrt. Genau. Die nehmen ihren Job sehr, sehr ernst. War im Saarland, nee, war auch alles gut, aber die hatten halt keinen Plan. Ja. Und unser damaliger Bassist, der ein Wahnsinnsmusiker ist und ein Wahnsinnsmusik-Nerd und damals schon war mit 17 oder so. Krass, ja. Aber und jetzt heute auch extrem professionelles Zeug macht, soweit ich weiß. Der war halt, sag ich mal, der konnte sich jetzt in den Geist von diesem Feuerwehrmann rein. Schön formuliert. So, jetzt hast du folgende Situation. Stadtfest, Feuerwehrmann mit Snowboard und Funkgerät. Und du fährst vor mit drei Autos hintereinander und kein Mensch weiß, warum die jetzt da durch die Leute an diese Bühne müssen. Die Situation kennt man ja. Total geil. Ich komme die Scheibe runter. Ich war im zweiten Auto. Ich wusste schon, da geht nicht gut, weil der ging an die Beifahrerscheibe vom ersten Auto, wo unser Youngster halt eben saß. Lieber Typ, alles, aber halt auch nicht so der, ich sag jetzt mal, kein tougher Auftreter, der jetzt so einen Feuerwehrmann klärt. Und ich hörte den nur sagen, ja, hallo, wir bringen Equipment. Dachte ich, hm, wenn das mal gut geht. Dann holt der Typ sein Walkie Talkie raus und sagt, die Equipment ist da. Ja, 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 alles klar. Gut, weiter. Haben wir uns reingelassen. Ist ja noch lustiger. Die Equipment hat aus Versehen funktioniert. Ja, das ist genauso wie der Typ von uns mal Danksi-Dengsi hören wollte und wir wussten, er meint, the time of my life was dirty dancing. Nee, das ist eigentlich stille Post. Ja. Der Youngster sagt was, der Feuerwehrmann versteht das Wort Equipment nicht, sagt durchs Walkie Talkie mit dem, die Equipment ist da. Und der Typ hat nur verstanden, die Band ist da und hat dann gesagt, alles klar. Ja. Ist eigentlich geil. Und das bei so einem Stadtfest, wo du heute wahrscheinlich mit einem kleinen Laster nicht mehr so in die Fußgängerzone darfst. Ja, auch so nicht, aber früher war meine Erfahrung oft, wenn irgendwo was abgesperrt war oder so. Ich bin eine Zeit lang immer mit einem Gitarren-Gickback oder einem Koffer zu Konzerten gefahren. Wie der Typ aus der Mentos-Werbung, hast du so ein Keyword auf die Schulter, damit du gratis reinkamst. Nee, aber die gleiche Nummer halt. Du hast einfach eine leere Gitarre dabei oder im Zweifel eine alte Klampe drin oder so. Das habe ich ein paar Mal gebracht und bin echt kostenlos reinkam. Ich habe immer gesagt, ja, ich gehöre zur Band. Und im Zweifel habe ich immer gesagt, weil ich habe immer kleinere Brötchen gebacken. Vorgruppe. Nee, ich gehöre zur Band. Ich bin der, also Gitar-Take oder irgendwas in die Richtung. Ich muss noch eine Gitarre bringen. Der Gitarrist hat angerufen, er braucht noch eine Ersatzgitarre. Und dann bist du immer ohne Probleme reingekommen. Keith Richards braucht eine Gitarre. Der hat mich angerufen. Das ist seine Warm-Up-Gitarre. Die braucht der Backstage. Da kookst du ja von der Rückseite drüber runter. Das ist die Koksklampe. Die braucht der. Die Koksklampe ist auch geil. So, heute fliegen sie ganz schön tief bei uns. Ja, finde ich aber gut. Das ist irgendwie auch eine schöne Stimmung. Und ja, auch thematisch mal so ein bisschen quer. Aber wir wollen natürlich auch interaktiv bleiben. Würde ich jetzt mal kurz einwerfen an eine Stelle. Was kommt denn jetzt? Nein, wir haben ja völlig versäumt. Ich wollte den Redefluss auch nicht unterbrechen und so. Wir haben ja völlig versäumt. A, unsere Gäste anzurufen. Also wir müssen auf jeden Fall gleich noch Günther Jauch anrufen und gucken, ob der rangeht. B, die nächste Geschichte wäre, liebe, liebe Leute, liebe Zuhörer. Wir haben natürlich wieder jede Menge neue Gefällt mir, jede Menge Abonnenten auf Facebook. Riesen Dankeschön dafür. Und ein Riesen-Hallo an Martin und Manuel, unsere beiden einzigen Twitter-Follower. Hi, ihr beiden. Aber da natürlich auch wieder der Hint. Liebe Leute, Facebook läuft gut. Wir haben noch andere Social-Media-Plattformen. Da könnte es noch den einen oder anderen geben, der da vielleicht Bock hat, sich dazu zu gesellen. Wir freuen uns natürlich auch sehr gerne vor dem Jahreswechsel noch ein paar mehr Follower. Sollen wir Telegram machen? Sollen wir eine Telegram-Gruppe? Die ist wahrscheinlich schneller voll. Überlegen wir mal, ob wir das so einen neuen Jahr machen. Aber auf jeden Fall schreibt uns doch auch sehr, sehr gerne. Wir haben ja schon letztes Mal aufgerufen. Das wurde auch schon einigermaßen reger angenommen. Da ist aber noch Luft nach oben. Schickt uns gerne Ideen für 2021. Was wünscht ihr euch? Wir bieten ja hier schon gerade eine kleine Möglichkeit an, die wir immer mal wieder zwischendurch machen können, uns live zu treffen. Ich denke, was wir nächstes Jahr auf jeden Fall machen können, ist, dass öfter mal einer von uns beiden auch via Zoom zur Klampfe greift und man vielleicht mal irgendwas verdeutlicht oder so. Gleichzeitig spielen ist da halt immer schwierig. Ehrlich ist halt schade. Danke, Deutsche Telekom. Genau, wir arbeiten an diesem Problem. Aber wenn ihr sonst so Ideen habt, thematisch, irgendwas in die Richtung, es darf auch gerne fernab von der Musik sein, was ihr von uns wünscht, Rubriken, die wir noch einführen können, gerne her damit. Sagt uns doch einfach mal, worüber wir uns aufregen können. Sowas halt. Pass auf, erzähl du mal weiter. Ja. Ich suche mal mein Handy wegen dem Günther. Ja, klar. Genauso könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne schreiben auf allen Kanälen oder kommentieren, was ihr so Silvester vorhabt, was eure Wünsche für nächstes Jahr drumherum sind. Wir brauchen auch Inspiration, auch für uns selber, was wir vielleicht Silvester ohne Böller, ohne Knallerei machen können. Welche Musik ihr hört, um irgendwie das Feuerwerk zu simulieren. Das ist ja auch eine gern genommene Idee. Oder ob ihr das Feuerwerk selber mit dem Mund macht, kann ja auch sein. Was? Ach so, das meinst du. Oder ein Feuerwerk, der gut in Laune. Kommt bestimmt im ZDF oder ARD mit Florian Silbereisen, Traumschiff und so. Ja, wie sieht es denn aus? Können wir Günther anrufen zwischenzeitlich? Also schreibt uns, ne? Wir freuen uns. Es klingelt. Das ist wie bei, wer wird Millionär, ne? Hallo, hier ist die Sprachbox von... Ach, Günther. Ja, auch. So ein Pech. Ja, schade eigentlich. Ist das wohl nicht daheim, ne? Ja, es ist ein bisschen schade, letzten Endes. Aber vielleicht... Ja, gut, später probieren wir das Quatsch. Wir sind schon relativ weit in der Sendung, ne? In der Sendung? In der Sendung. Ja, aber in der Sendung. Ja, ich bin auch alt, sorry. Ich mach mal Klingelton laut. Vielleicht ruft der Günther ja zurück. Ja, können wir, können wir schauen. Was fragen wir denn den Günther, wenn wir den anrufen und belästern? Ja, wir haben noch vorbereitet. Ach so, ja. Ja, also... Für 50 Euro. Ja, müssen wir mal gucken, weil ich weiß nicht, wie viel Zeit wir mal letzten Endes haben. Ja, aber wir bedanken uns natürlich, wie gesagt, für alle, die weiter Zuschriften... Zuschriften klingen auf, wie früher immer Dieter Thomas Heck. Apropos, was wir aber noch machen müssen ist... Was wir aber noch machen müssen ist... Oh Gott. Wir haben ja jetzt heute ziemlich gelästert. Ach. Ähm, die Postadresse brauchen wir, wegen den Beschwerden von den Anwälten, speziell von Mr. President. Ja, also das wäre die Istanbulstraße 26 in Köln. Gerne alles dahin adressen. Alles klar. Und immer schön schubkarrenweise, ne? So, also... Da hab ich meinen Shitstorm-Post. Hier übrigens, die Shitstorm-Front schläft nicht. Genau. Schick den Shitstorm an recording-at-music-store.de. Das ist ja wirklich mein Shitstorm-Post war aktuell. Dann schlag ich vor, lass mich mal überlegen. Ne, komm. Die sollen uns erst anrufen, wenn die uns verklagen wollen. Ja, ich denke auch. Ja, ja, ja. Also, DSGVO-mäßig war doch so alles cool. Alle Adressen, die hier veröffentlicht worden sind, sind eh in der Öffentlichkeit. Insofern, alles entspannt. Und, wir haben nur Bandnamen genannt, aber keine Namen von Künstlern, die gekokst haben oder... Ne, ich weiß auch gar nicht, wie der Schwarzer. Entschuldigung. Der was? Du meinst den Herrn in der Band? Wie sagt man denn jetzt? Der Einwanderer. Person of Color. Person of Color. Ja. Ich meinte das jetzt komplett ironiefrei. Nee, ich erzähle ihn jetzt nicht. Nee, komm. Können wir jetzt noch anfangen? Schwarzen Witz? Nein, das wollen wir ja auch gar nicht. Wir sind ein seriöser Podcast. Wir sind auch lieb. Wir sind auch lieb. Wir sind definitiv sehr, sehr lieb. Man sollte des Öfteren mal übereinander lästern und schimpfen. Das erspart sehr viel schlimmeren Ärger. Deshalb lassen wir das hier raus. Nehmt euch das doch mal als Weisheit für 2021. Und ja. Ja, wir haben eigentlich noch definitiv zwei Sachen auf der Liste für die heutige Folge. Sollte Günther dich noch zurückrufen. Ja. Die eine Sache ist Songauswahl für die Playlist. Die zweite Sache in jedem Fall. Wir wollen es natürlich so ein bisschen feierlich beenden. Das Jahr 2020 feierlich beenden mit Dosenbier. Euch ein bisschen was natürlich wünschen und so. Aber ich würde sagen, wir gehen wahrscheinlich erst zu den Songs über. Oh mein, jetzt erwisst du mich eiskalt, weil ich habe mir überhaupt keinen ausgedacht. Im Lockdown. Musiker. Nichts zu tun den ganzen Tag. Und dann kommt er hier ohne Songs an. Ja, ich hasse Musik. Gut. Das ist sehr, sehr gut. Dann lass mich mal überlegen. Geil. Dann lass mich überlegen. Du hast schon einen Parag. Äh, natürlich. Ich spitze mich vor. Dann sag mal. Ich hätte den ganzen Tag verladen. Ich hatte gehofft, ich könnte mir noch einen Parag. Welche, 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 welche. Ich hatte eben einen. Als du so lange geredet hast, da hatte ich eine Idee. Und jetzt ist die weg. Ja, genau. Okay, also schon für die Playlist. Ich habe tatsächlich einen. Ich finde, ich hatte mir eben überlegt, es sollte etwas Feierliches sein. Feierliche Songs sind immer schwierig. Also man kann hier, keine Ahnung, Evangelis, die Nummer für, nein, lass mal. Ich nehme einen Song, der meiner Meinung nach ein sehr schönes Beispiel dafür ist, wie kitschig Popmusik sein kann und trotzdem irgendwas hat, wo man so, selbst als Musiker, also du hast eben so einen schönen Satz vor unserem Podcast gesagt, so man will es scheiße finden, aber es toucht einen doch an irgendeiner Stelle. Und ich glaube, es toucht mich auch nur als Musiker, weil ich es gut gemacht finde. Und der Song ist von ABBA, die einige solcher Songs haben, die echt nicht uninteressant sind und trotzdem super, super, super cheesy. Und die cheesy Nummer, die ich mir als meine letzte Nummer in der Playlist 2020 wünsche, ist ohne Scheiß, ABBA, The Winner Takes It All. Das ist ein geiler Song. Ich finde den wirklich, also da muss ich mich outen, es ist eklig irgendwie, aber es ist auch so, was ist so, du kannst nicht weggucken und es ist aber irgendwie trotzdem so, es macht was mit dir. Ich finde den gut. Allein das schon. Geil. Ich hatte jetzt so gehofft, dass du Thank You for the Music sagst. Nein. Weil, den könnte ich dir so ein bisschen vergellen, weil immer wenn ich den höre und gerade wenn wir den spielen und die liebe Linda den singt und gerade war ja natürlich noch eine, ja wie soll ich das sagen, die Nummer würde nicht funktionieren, wenn ein Mann sie singt. Aber ich höre immer als erste Textzeile, I'm nothing special. In fact, I'm a bit of a whore. War vielleicht auch die Grundidee. Dann kam das Label und die so, nee, das könnt ihr nicht machen. Könnt ihr nicht machen. Und dann sagt, doch, der Björn will das aber so. Komm, lasse, Benni, komm, lasse. Wir machen bohr. Wir machen bohr. So, da bin ich jetzt dran. Winner Takes It All als, aber wieso Winner Takes It All, ist ja inhaltlich nicht feierlich, oder? Ich finde, es hat aber eine gewisse Feierlichkeit. Es hat eine gewisse Dramatik, die finde ich in die Stimmung aktuell so, in meine Stimmung so ein bisschen passt. Oder die hat so ein bisschen diese Dramatik für Jahresende. Es ist so, es ist halt so wie diese Szene bei Titanic, wo die beiden vorne am Schiff stehen und dieses, ich bin der König der Welt, ich finde die so widerlich kitschig, aber die bleibt hängen und so ist dieser Song. Die ist echt schlecht. Ja, die ist so richtig scheiße, die Szene. Gut. Und der Song ist trotzdem irgendwie kompositorisch interessant gemacht, hat aber eben diesen Ethos von, ich bin der König der Welt und wir lieben uns alle und ich finde die aber auch geil gesungen. Also wenn du die Originalaufnahme hörst, da ist halt, du hörst halt, es ist noch kein Autotune, kein Melodyne. Es ist irgendwie sehr nah, es ist noch relativ close aufgenommen. Also ich finde, gerade wenn man die über Kopfhörer hört, hat man so das Gefühl, dass die schon irgendwie in ihrer vollkommenen Künstlichkeit das irgendwie hinkriegt, dass die Nummer trotzdem so eine Dramaturgie hat oder so eine Ehrlichkeit, dass man als Zuhörer sagen kann, naja, ich weiß genau, was die meint und das ist ein richtig guter Song und der macht mir immer ein gutes Gefühl. Und deswegen ist das für mich die Blaupause eines perfekt interpretierten Schlagers. Genau so muss Schlager funktionieren. Gut, dann mache ich jetzt Antithese, mache ich die Hypotenuse. Die neben dran spielt deine Gitarre, oder? Ja. Hauen wir dem gleich auf die Fresse. Da kannst du fest von ausgehen. Face No More, eine Band, die ich sowieso immer schon geil fand und ich will eine Nummer haben, die asozial sein und quasi jedes positive Gefühl mit Füßen tritt und Face No More schafft nicht immer wieder dazu, Kunstform zu erheben. Und deshalb wähle ich The Gentle Art of Making Enemies mit meiner Lieblingstextzeile Don't You Look So Surprised, Happy Birthday, Fucker. Ewig nicht gehört. Super Nummer. Ein super Album. Super Album. Ja. Sehr, sehr geile Band in jedem Fall. Ja, absolut. Ja, was haben wir noch? Kommt gleich, was gut ist im Fernsehen, oder? Ja, wenn Günther nicht anruft. Ja, Günther ruft den zurück. Warte mal, ich versuche mal nochmal. Müssen wir sonst langsam hier zum Schluss kommen. Ihr habt ja auch sicher noch was zu tun, ihr Schäfchen, ne? Warte mal. Warte mal. Bis der die Nummer gewählt hat, ey. Ja, vielleicht ist Günther im Weinberg. Günther ist analog, ne? Wir zeichnen die Folge hier um 8 Uhr morgens auf. Ah, ne, ist jetzt Thomas Gottschalk. Hä, ist denn Thomas jetzt einmal? Wo ist denn die Nummer her? Von ihm? Ja, krass. Hey, wir sind so. Hätte ich nicht gedacht. Das Ding mit den Jundais spricht. Aber gut, finde ich gut. Noch spricht er nicht mit ihm. Hallo, hier ist die Sprachbox von Thomas Gottschalk. Ja, also müssen wir das leider vertragen, so leid es uns tut. Ja, vielleicht beim nächsten Mal, nächstes Jahr. Eigentlich ein passender Abschluss für das ganze Jahr, ne? Ja, genau. Genau, war wohl nix. Nichts geht. War wohl nix. Und das sind, glaube ich, auch die passenden Schlussworte. Und wir wünschen uns natürlich alle ein besseres Jahr. Wir wünschen euch ein besseres Jahr. Erstmal rutscht gut. Wir melden uns natürlich im neuen Jahr umgehend wieder mit einer neuen Folge. Bitte, bitte kein Geböller, kein Straßenbesäufnis. Nicht in den anderen Niesen. Genau. Oder so. Bleibt vernünftig. Der Impfstoff ist da, hurra. Keine Ahnung. Wir hoffen als Musiker und auch als Hyundai, dass wir sehr, sehr bald wieder vernünftige Musik machen können. Und ja, wir haben keine Ahnung, wie lange das noch dauern wird. Aber DiscoFox geht auf jeden Fall weiter. Und wir freuen uns total auf ein neues Jahr mit euch, auf neue Ideen, auf eure Zuschriften. Und schauen einfach mal, was da kommt und was passiert in diesem Sinne. Rutscht gut, feiert angemessen. Und wir hören und sehen uns im neuen Jahr wieder. Macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.